Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben gerade zwei Festungen überrannt. Wurde besser gesagt, das haben wir letztes Mal gemacht. Der Angriff auf Richmond geht weiter, und zwar aus dem Süden. Weiter geht's. Da sind die zwei übelsten Festungen. Während unsere Streitkräfte Richmond von Norden und Osten her angreifen, gehen im Süden weitere ihrer Korps zum Angriff über. Aber, jawohl, das sind aber die beschissensten Einheiten, die ich habe. Wir müssen die höheren Lagen und diese Festung stürmen. Die ist super für die Konfigurierten, nicht für mich. Und da das noch nicht genug ist, müssen wir gleich die Festung nebenan einnehmen. Was aber richtig beschissen ist, muss ich ehrlich mal sagen, Wenn du das erstürmst oder erstürmt hast, quasi, dich neu formierst, kriegst du gleich von dieser Festung eine drauf. So, äh, so wie daneben, bla. Dann wird der Weg nach Richmond frei sein. Das werden wir mal sehen. Ah, wir haben hier auch noch Verstärkung. Wer ist denn... Hier ist Sherman! Sherman! Yes! Das ist der, den ich brauche. Ähm, jetzt geht's ab. Sherman ist super. Denn der hat gute Einheiten. So, hier sind welche am Wasser. Die können schon mal alle... Wie viel Zeit haben wir? Zwei Stunden, Tagesstunden, das ist nicht viel. Wir laufen erstmal hier hin, gucken, wie viele Leute in den Gräben sind, sagen Hallo. Und hier sind auch echt einige geschwächt. Das Dumme ist, wir brauchen Kanonen für diese Festungen. So, so weit wie möglich nach vorne. Munitionswagen, Sherman nach vorne. Ihr seid noch nicht dabei. Ihr könnt euch da positionieren und rennt auch. Oh Gott, das... So viele Einheiten. Ist das historisch korrekt? Hatten die damals auch so viele Leute? So, auch hier selbes Spiel. Kanonen. Können wir hier schön zentrieren. Ihr könnt noch versuchen, diese Gräben anzugreifen. Mit diesen Leuten hier. Oder nach vorne. Und ich hoffe, es müsste sich fast alles bewegen. Euch habe ich vergessen. Jetzt nicht. Attacke. Oh, hier habe ich auch einen vergessen. Einfach nach vorne. Hauptsache, die Richtung stimmt. Dann habe ich Phelps vergessen. Die Feinde sehen uns schon. Warte mal. Ich habe Angst, dass wir irgendwie diese ein... Diese Festung verlieren. Ich packe einfach mal einen rein. Ja, das war klar. Die sehen uns. Dann übertreten wir mal den Fluss. Und da kaufen wir uns ein bisschen Zeit für die Kanonen. Ich hoffe, die Gräben sind nur leicht bewacht. Und Randa. Und auch ihr. Attacke. Äh, hier sind ja keine Leute. Sind die schon alle drin, oder was? Wo sind die? Feigen, Hunde. Komm und stellt euch. Meine Armee. So, die ersten sind gesichert. Kanonenfeuer frei. Wirkst mal hier. Weiter nach vorne. Weiter nach vorne. Okay. Kanonen. Feuer. Feuer. Halt, 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 halt. Erstmal die, die da bekämpft, wieder sind, Liz. Oder Schweizer, meine ich. Okay. Hier sind die Leute. So, das hört sich gut an. Feuer frei. Und rüber. Schießt sie nach Hause. Attacke. 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 Und dann weiter feuern. Weiter feuern. So viele Gräben, aber kaum Leute, die irgendwie die Gräben verteidigen. Na gut, mir soll es egal sein. Schießen wir sie halt nach Hause. Schießen wir sie halt nach Hause. Oh Gott. Das war eine schlechte Idee zurückzunehmen. Union hat Ford Alamo gesichtet. Okay. Los, rüber da. Los, rüber da. Ich glaube, wir müssen unsere Kanonen nachholen. Ich glaube, wir müssen unsere Kanonen nachholen. Also, nur schießen, nicht töten. Also, nicht in den Nahkampf gehen, meine ich. So, ich schicke mal einfach Verstärkung, dass wir die jetzt aus dem Graben auch raus haben. Was haben wir hier noch? Das ist die eine Einheit. Da hinten links haben wir was vergessen. Ah, nicht verkehrt. Komm. Lauf mal. Nee, ich wollte nicht in den Nahkampf. Halt. Ich wollte doch nicht in den Nahkampf, Jungs. So, Kanonen bitte da drauf schießen. Miet unterstützt ihn mal ein bisschen. So, wir haben's. Wir laufen. Nicht so schlimm. Vielleicht gleich mal die Einheiten bemannen. Weiter vor. Weiter vor. Bemannen die auch mal die Festung. So. Die Kanonen können gleich weiter Richtung Stadt. Zur Not lege ich Richmond in Schutt und Asche. Ist mir egal. Rein da. So, was macht ihr hier? Kommt mal rüber. Hab ich noch irgendwas vergessen? Nee, den wollte ich da behalten. Munitionswagen schicken wir auch mal mit. Okay. 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 So, Attacke. Weiter rein. Ach, da sind Reben. Und schießt auch schön von hinten drauf. Nee, da so nach. Oh, die Armee da kleinen Einheiten. Attacke. Okay. Wo sind die hin? Schmeck. Dann ziehen wir mal durch die Stadt. Durch diesen Stadtteil von Richmond. Ich glaube, das ist noch nicht komplett Richmond. Weht sie nieder. Und weiter. Union hat Richmond gesichert. Jetzt müssen wir sie so noch rausdrängen. Wie immer. Weiter. Attacke. Können die Kanonen noch ein Stückchen weiter. Die lassen wir mal als Reserve. Schießt die 200-300 Mann einfach mal in den Tod. So, das ist mein Richmond. Pisst euch. Ich glaube, wir ist er aber nicht mehr. Nimm sie. Okay, ist die Playa aufgegeben. Die haben aufgegeben. Und die haben auch aufgegeben. So. Das ging ja flott. Der Angriff wird nun von allen Seiten vorgetragen. Huh. Ah. Die Rebellen verteidigen sich verzweifelt bis zum letzten Mann. Weiter angreifen ist Wahnsinn. Die Männer werden durch Gewehr und Geschützfeuer niedergemäht. Doch wir dürfen nicht aufgeben. Vorwärts rücken wir auf die Stadt. Kriegen die Verstärkung? Ah, fuck you. In der Zwischenzeit wurde die konfigurierte Kavallerie an unseren Flanken gesichtet. Sie könnte uns jederzeit angreifen und sie stellt eine ernste Gefahr da. Pause. Wir haben dort eine Position, die wir halten müssen. Warum kann ich jetzt diese Mauern nicht einnehmen? Auf einmal. Wir haben noch so viele Einheiten hier. Das sind nur Kanonen. Das ist Kavallerie. Kavallerie bleibt mal schön hier hinten. Hier in den Wäldern. Ich überlege noch, ob ich da Einheiten zurückschicke oder Warum kann ich jetzt diese Position nicht einfach mehr benutzen? Das ist doch doof. Ach, die bemannen sich erst gerade. Entschuldigung. Die haben noch alle ihre Ziele. Hier. Das sind 2000 Mann. Ach komm, nimm mal. Ich weiß jetzt nicht, was da ankommt. Ich verlege einfach mal eine Einheiten. Oh. Die Rebellen verteidigen den Süden verbissen. Oh, das ging ja schnell. Ich glaube, das war jetzt gerade der kürzeste Einsatz, den ich jemals hatte. Weiter. Kriegen die jetzt hier auch Unterstützung? Die Konfederierten wollen nicht weichen. Tausende sterben. Doch unser Vormarsch muss weitergehen. Gebt ihnen die kalten Stahl. Angriff. Kriegen Verstärkung? Auch von dort? Noch mehr Konfederierte Kavallerie bedroht unsere andere Flanke. Ihr Angriff steht kurz bevor. Bereit machen. Nicht bereit machen. Bereit machen. Ja, da habe ich jetzt nur eine Einheit drin. Fuck you. Ähm. Das heißt. Diese Einheiten packen wir nochmal ins Wasser. Kavallerie. Komm mal hier rüber. Und ich brauche Leute. Ich brauche Leute. Alle mal ans Wasser. Bewegt euch. So. Wir sind zu weit weg hier. Zieh einfach mal einen Haufen ab. Dass die Festung hier noch unterstützt wird. So. Dann. Hier. Unterstützt hier mal so ein bisschen. Ich denke mal. Jetzt oder nie. Der Tag neigt sich am Ende zu. Und die Schlacht wird bald vorbei sein. Wir müssen die Stadt und die Festungen einnehmen. Oder scheitern. Nur ein weiterer Angriff kann uns den endgültigen Sieg bringen. Marschieren Sie zum Ruhm. Du 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 du. Ah. Das war schon die Stadt alles. Wir haben alles. Oh Gott. Ah. Hier die Festung. Ah. Sie greifen gerade überall an. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Sie kommen von überall. Äh. Aber nicht da wo ich gerade denke. So. Einfach mal umpositionieren. Umpositionieren. Gefangene. Raus aus diesem Bereich. Kanonen haben es erfasst. Feuer. Hass geht in diese Richtung. So. Dasselbe haben wir auch im Norden. Da geht es hoffentlich eine leichte Kavallerie. Und äh. Was haben wir da? Das interessiert mich nicht. Truppen sind unterwegs. Der Süden macht mir gerade am meisten Angst. weiter. Weiter. Die greifen mir auch schon an, die Schweinebacken. Dann nicht hier stehen. Komm. Weiter. Runter. Zack. Auch hier. Weiter. Okay. Positionieren sich. Okay. Da kriegt er hier einen drauf. Und hier. Das Bürgerkrieg. kommt Verstärkung. Hast du. Kannst auch mal laufen, ne? So. Die sind gerade in Bewegung. Die halten. Die sind gerade in Bewegung. 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 Einfach mal Attacke. So sieht es da aus. Ein Stückchen weiter. So, die rennt schon wieder zurück da hinten. So, wir bleiben hier nur an dem Fluss. Da ist gut verteidigt. Einfach hier nur so am Fluss bleiben. So. Ah, das habe ich mir gedacht. Die Kavalerie hat einfach nur Zeit erkauft. So, weiter. So, Männer. Puh, sieht gut aus. Feuer frei. Hier, Feuer frei. Feuer frei. Wir haben eh nichts anderes, wo wir hinschießen können. Kanonen. Feuer frei. Und hier haben wir noch haufenweise Männer, die freiwillig sterben wollen. Attacke. Und wir haben auch ganz viel Reserve. Genau, reicht mir. Halt. Hier geht einfach mal hier rein. Dass wir das so alles ein bisschen im Blick haben. Die Straßen. Die schicken wir mal hier so. Attacke. Attacke. Wir rennen sie zurück. Oh, oh, oh. Anony dürft auch hier auf die unteren schießen. Damit der nicht flankiert wird und der ist schon sehr nah dran. Ich glaube nur dabei. Ah, da kommen sie wieder, aber wenn auch gleich wieder weg. Ah, hier kriegst du zu tun. Und was haben wir da an der Ecke? Hier ist das nicht fein. Die letzten Einheiten aus dieser Richtung. Attacke! So, hier preisen wir sie auch quasi ein. Nee, Jungs, ihr sollt doch nur schießen. Ach komm, netzelt sie ab, ey. Attacke. So, ich hab ihn nicht gegeneinander. und jetzt alles abschießen, was ihr wollt, was ihr könnt. Haben sie quasi in die Ecke getrieben. Oben kam nur ein bisschen Kavallerie. Nicht sehr viel. Halt. Halt, habe ich gesagt. Ich würde jetzt einfach alles töten, was da ist. Unten hat sich das Problem schon erledigt, wie ich gerade sehe. Da ist ein Supply-Wagen. Der gibt mir auch einen Keks. Jagd den Supply-Wagen. Okay, hat sich erledigt. Schlacht von Richmond. Wir haben sie geschafft. Und wir haben bestimmt die Hälfte unserer Leute verloren. 33.000. Hoho. Von 137.000. Hammer. Ach, wir waren auch locker überlegen. Der Feind hatte nur 61.000. Ja. James Longstreet. Aber Lee war nicht dabei. Ist Lee schon vorher gestorben? Oder war er woanders? Aber wenn Lee nicht dabei war, war es bestimmt nicht die letzte Schlacht, oder? Kommt noch mehr? Oder war es jetzt die letzte? Er lädt ganz schön lange. Mal was trinken. Was eiskaltes. Wir haben es doch geschafft. Grand Victory. 0 Karrierepunkte. Plus 35 Ruf. 10.000 Gefangene haben wir eingenommen. Haben wir bekommen. Und wenn man nur 10.000 gefangen nimmt, dann 9.000 erschießt. Und 9.236, dann kriegt man 1.000 neue Rekruten. So. Hurra. Die Union hat endlich gewonnen. Die Hauptstadt der Konfigurierten wurde erobert und die Rebellen haben unsere Forderung akzeptiert und einen Friedensvertrag unterzeichnet. Der brutale Bürgerkrieg, der tausende Opfer gefordert hat und unsere Nationen mehr als vier Jahre lang gespalten hat, ist vorbei. Alle Konfigurierten Generäle haben kapituliert, darunter auch Lee, unserer größter Widersacher. Das Land wird wieder vereint und Sklaverei wird in den Vereinigten Staaten abgeschafft. Das Zeitalter des Reconstruction beginnt. Unsere Nation wird reformiert werden, um sicherzustellen, dass Amerikaner nie mehr gegeneinander kämpfen müssen. Das hat man bei den Konfigurierten nicht so was Tolles am Ende. Na, wie viele Leute haben wir verloren? Insgesamt verloren. Guck da mal weg. Aber mit der Artillerie und Kavallerie zusammen haben wir, sagen wir mal gut, 300.000 Mann verloren und haben dafür 500.000 Mann getötet und insgesamt in den Gesitz gebracht haben wir 27.000 Mann. Ja, Grand Victory. Ja, das war es dann auch mit Civil War. Jetzt haben wir beide Seiten durchgespielt. Man könnte noch mal Historischer Kampf sind noch mal die Einzelschlachten. Aber die hatten wir ja schon alle. Man könnte noch benutzerdefinierte Schlacht. Ach, das waren dann die kleineren. Ja, also ich glaube, es reicht erst mal. Wir haben beide Seiten durchgespielt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber mal gucken, was da als nächstes ansteht. Vielleicht finde ich ja noch mal so was Ähnliches, was man noch mal durchspielen könnte. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann habt ihr bestimmt schon mal ein Like und einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr es noch nicht habt, dann lasst doch mal gerne ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Hau drei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.